Cannonball ist ein für den professionellen Hundesport entwickeltes Trainingsgerät. Mit seinem einzigartigen Design und seiner kompakten Bauweise ist der Cannonball die ideale Wahl, wenn Sie ein Gerät suchen, das auch unter härtesten Bedingungen nicht aufgibt. Cannonball katapultiert einen 85 Gramm Ball in 2 Meter Höhe. Am Cannonball befinden sich keine störenden Details, so wie Schalter oder Antennen. Sogar am Handsender ist alles eingebaut. Natürlich ist der Cannonball zu 100% aus rostfreien Materialien hergestellt. Mit seinem geringen Gewicht von nur 1600 Gramm ist der Cannonball in allen Situationen leicht zu handhaben. Die garantierte Reichweite des Senders sind ganz zu 150 Meter. Bei optimalen Bedingungen sogar bis zu 500 Meter. Cannonball ist immer einsatzbereit. Es gibt keinen Stromschalter. Unmittelbar nach dem Abschuss wird die Stromzufuhr automatisch unterbrochen. Mit anderen Worten, kein Schalter der bedient werden muss, um Batterien zu sparen. Cannonball für Profis und Privater, die einen soliden, kompakten und langzeithaltbaren Ballwerfer fordern.